Kapitel 34 Der Kalenderkollaps Wenn Termine sich überschlagen An einem trüben Donnerstagmorgen in der Kapitalanlagegesellschaft begann der Tag mit einem unerwarteten Problem, das schnell unter dem Namen »Der Kalenderkollaps« firmieren sollte. Anja hatte den Überblick über ihre zahlreichen Termine verloren, und ein Blick auf ihren digitalen Kalender offenbarte ein chaotisches Durcheinander von Besprechungen, die scheinbar wahllos über den Tag verteilt waren. Die Problematik war klar, es gab Doppelbuchungen, eine Telekonferenz mit einer Partnerbank war zur gleichen Zeit angesetzt wie eine interne Strategiebesprechung, und zu allem Überfluss war auch noch ein wichtiges Kundengespräch eingetragen, das in dieser Form niemals stattfinden konnte. Anja stand vor einer Herausforderung, die ihre gesamten organisatorischen Fähigkeiten fordern würde. Sie zog René-Marie zurate, die für ihre strukturierte Art bekannt war. Gemeinsam entwickelten sie einen Masterplan, Prioritäten setzen, Meetings verlegen und bei allen Betroffenen um Verständnis bitten. Mit geübter Professionalität begannen sie, den Terminknoten zu entwirren. Die Strategiebesprechung wurde um zwei Stunden verschoben und fand nun in einem kleineren Rahmen statt. Die Telekonferenz ließ sich zum Glück auf den frühen Nachmittag legen, da die Partnerbank in einer anderen Zeitzone saß und somit eine spätere Stunde noch ins Arbeitsfenster passte. Das Kundengespräch hingegen bedürfte einer besonderen Lösung. Anja entschied, es in ein Business Lunch umzuwandeln und lud den Kunden in das renommierte Restaurant, La Finance, ein, das für seine Diskretion und seine exquisite Küche bekannt war. Nicht nur konnte sie so den Termin wahrnehmen, sondern dem Kunden auch die Wertschätzung vermitteln, die dieser verdiente. Während Anja und René-Marie die Lage retteten, lernte das gesamte Team eine wichtige Lektion über Zeitmanagement und Flexibilität. In der Finanzbranche, wo jede Sekunde zählen kann, war dies ein unverzichtbares Wissen. Am Ende des Tages atmete Anja erleichtert auf. Trotz des Kalenderkollapses hatte sie alle Termine gemeistert mit ein wenig Kreativität, einer Prise Charme und der tatkräftigen Unterstützung ihres Teams. Der Tag, der mit einem drohenden Desaster begonnen hatte, endete mit einem Triumph der Planungskunst. Und so festigte sich ein weiteres Mal der Ruf der Kapitalanlagegesellschaft, auch in den stürmischsten Zeiten einen kühlen Kopf zu bewahren.